Reiterberger ist der Dominator. Erster Saisonsieg für Florian Alt. Und das hier ist Luca Grünwald innen vorbei. Renntage sind Feiertage. Es wird heiß, die Motoren gehen hier auch schon an. Wer wird neuer Champion? Ampel an und dann geht's los. Hier geht's richtig wild zu auf den ersten Metern. Angriff jetzt hier. Unfassbare Bilder und eine Riesenshow der Superbikes. Ein toller Sonntagmittag für die deutsche Motorrad-Szene. Großartiges Rennen. Ui, 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 was ein Manöver. Fans auf den Tribünen, die richtig Stimmung machen. Saustarkes Rennen hier. Die Superbikes sind zurück. Die Superbikes sind zurück. Die Superbikes sind zurück. Die Superbikes sind zurück. Vielen Dank.